Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Heute nicht allein, sondern mit dem lieben Almonor. Sag mal hallo. Hallo. Dann bin ich noch mal gespannt. Auf zwei Buchhüter. Wo fährst du hin? Ja, warte, ich muss dann mal sehen, wo ich überhaupt stehe. Sollen wir Richtung A fahren? Ja, hatte ich auch vor. Dann fahren wir Richtung A. Oh man, ich bin viel zu lange kein Kuma und keine Kuma mehr gefahren im Prinzip. Ah! Sie lässt sich entfernen, wie ein übergroßes Zerstörer. Ja, ist mit Sherry oben auch so. Ist auch wie ein riesiger Zerstörer, einfach nur. Hm. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Ähm. Gucken wir mal. Ich schau vorbei. Ich bin ein bisschen böse. Boah. Nein, ich muss ein bisschen aufpassen. Die Gegner haben Flugzeugsträger. Hm. Ne, ich glaube, vielleicht habe ich nicht wirklich schon. Aber ich habe einen Katapultjäger, also von daher. Ja, aber ich habe... Ja, aber ich habe... Ich habe so gar keine Flak. Also... Gut, ich habe einen Flak, aber... Die schafft nichts. Die fließt kein Flieger runter. Und mein Schiff ist... Guck dir das mal an. Ich hole einen Zerstörer ein, bis mich veräppeln. Ich kann's mir nicht vorstellen, dass das eine Nikola Zone so langsam ist, oder? Fertig weniger als 30 Knoten? Naja, da glaube ich runter, was läuft oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall fast mit 35... Ne, 34,4... 34,5 Knoten. Äh, ich bin nett. Ich bin offen. Ich auch. Hier ist ein Zerstörer. Gut, das war kein Wunder, dass ich offen gehe, aber... Ich mach mal... Hydroakustische Suche, oder wie das heißt, an. Da ist er. Da ist er. Ne Minikase. Jetzt können wir mal ein Glück versuchen, auch wenn der Schrotflintenpower wahrscheinlich nichts trifft. Nichts weiter vorzielen. Noch weiter vorzielen. Der Schrotflintenpower trifft gar nichts. Ja, ich hab sie getroffen. Einmal. Mit einer Granate. Wyoming alias Superschrotflinte. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab irgendwas... Irgendwas bei ihm kaputt gemacht. Jetzt sehe ich nur die Farbe, noch was, ne? Ja. Zumal meine Kugel einfach neben dem Schiff eingeschlagen ist. Okay, der hat vor daneben geschossen. Ich hab trotzdem irgendwas kaputt gemacht. Ich hab trotzdem irgendwas kaputt gemacht. So, sie ist raus. Gegnerische Zerstörer versenkt. Haben wir sie zumindest schon mal aus dem Kopf. So. Guck mal hier. Was haben wir da? Eine Isokase. Das gefällt mir bisher noch nicht an der Front. Nur oft Zerstörer schießen. Dafür ist die Wyoming nicht so toll. Was soll ich sagen? Ich bin von New York und nach Karlsruhe beschossen. Au! War das die York? Ja! Ja, das war die New York. Aber trotzdem. Au! Zeige ich niemals einem Schlachtschiff auf deiner Seite. Wo ist dieser kleine Zerstörer? Ich bin im Rauch. Also ich weiß auf jeden Fall, wo seine Torpedos sind. Ja, ja. Die haben eine hydroakustische Suche sein noch nicht wieder aufgeladen. Das ist das Problem. Mal gucken, ob ich die treffe. Etwas einfacheres Zeilen, als ein Zerstörer. Das! Ja ich gleich direkt bin. Na klar, ist gut auf die Achtung getroffen. Schlecht Das war's auch für den Zerstörer. Jetzt haben wir hier zwei Yorks auch noch. Drei von bebombt. Von so so ein Bomber wurde bebombt. Jupp. So ein komisches, was ich Bomber nennt. Schieß ihn ab. Du bist gerade direkt bei den Bombersquadu. Schieß ihn ab. Das ist nur noch ein Mann. Ich hab auch schon zwei von ihnen abgeschossen. So, Reiner, die fliegen in Richtung. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir sie ja angezündet. Ja, die haben sie angezündet. Jetzt wechseln wir mal auf die Clemsen rüber. Gucken wir mal, ob wir den Zerstörer dann auch noch ausnehmen können. Steht die? Sieht auf gar nicht so aus. Der ist auf gar. Sieht mal auf der Karte mal nach. Die ist alles gleich auf gar. Ja, der ist auf gar. Jupp. Naja, das ist ein Damage-Kenniater, ne? Naja, das ist ein Zerstörer, ne? Ja, trotzdem, Damage ist ein Damage, ne? Das ist Erfahrung. So, boah, Alter, gehen die Schüsse von der Wyoming krank auseinander. Er kommt zwei Schüsse aus dem Selbstgeschütz zu holen. Die fliegen halt meilenweit weg. Das ist so... so krank mit dem Ding hier. Ja, okay, der Russe schnappst ich den jetzt, den Kill. Unser Team hat die Führung übernommen. So, dann schießen wir mal weiter auf die Rochen sammeln. Ein bisschen Damage. Der zweite müsste jetzt nur mit Geschichte sein, ja. Und wir sind offen. Das ist jetzt aber schon mal, glaube ich, gerade zweitrangig. Ja, Juniok ist sowieso hinten, in Julian. Das ist mit seinem Albono-Kumpel beschäftigt, mit seiner Wyoming. Wo auch immer er gerade rumeiert. Ja, ich muss gerade um eine Insel rumfahren, weil ich nicht wirklich hier reingekriegt wäre. Mein Ding ist so langsam, ich komme da ja gar nicht hinterher. Und dass das Ding zu schnell kündig ist, glaube ich, ist schon ein Armutszeugnis. Au, 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 au. Au, au, au! Aber der zieht sich doch ganz gut aus für unser Ding. Ja. Ich werde von der Königsberg schossen. Wir führen in Ordnung, ja, wir haben gleich schon gewonnen Allein durch Punkte Aber das Problem ist Ich kann nicht an die Königsberg wieder zurückschießen Sie kann auch nicht, aber nicht zurück Das ist natürlich scheiß auf Und ich gehe jetzt mal dann so schnell wieder zu Ich fühle mich ein bisschen beobachtet hier Und wir haben gewonnen Wow Okay, das Ergebnis hatte ich mit dem Schiff auch so noch nicht 5000 Erfahrungen gemacht Das ist nicht schlecht, sagen wir mal so Ja, ich habe nichts abbekommen Naja, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss